Hey Leute was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Zombies Das letzte Mal habe ich ja die Folgen gesplittet in zwei Teile Also habe ich mir überlegt, dass ich das mache, weil es gibt wieder eine genauso lange Folge Deswegen sehen wir uns jetzt bei der zweiten Folge von Minecraft Bei der theoretisch dritten Folge von Minecraft Zombies Let's go Direkt in der zweiten Folge und wir stellen schon Rekorde auf So muss das, so muss das, zumindest bei mir Ich bin ja der Profi Ja, schießt mich ab, kein Problem Ja, und die interessiert das einfach gar nicht Nee, 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 hör auf mich zu verfolgen Hier ist sonst keiner mehr, okay Da wurde ich getroffen Oh, hier unten am Boden ist noch einer Ja, oder zwei sogar Perfekto Okay, 122 Leute, das wird heute doch noch was, ich sag's euch Ich trinke jetzt mein Volvik Wasser Hey Oh mein Gott Geh weg Der Controller hier fliegt gleich runter Nein, ich kann nichts machen Mann Hier ist das Kabel vom Controller und hat meinen Controller mitgerissen Bitte Leute Rettet mich Drückt jetzt ein Like, um mich zu retten Nein, ich lass das lieber Ich glaub, Leute Oh Leute, denen man sagt, sie sollen liken Liken weniger Also so ist das bei mir Wenn jemand unbedingt immer nach Likes battelt, like ich weniger Weiß es nicht Seid ihr auch so? Drückt Like Oh was? Last Man Standing Komm schon, komm schon, komm schon Duck dich, duck dich, duck dich Nein, 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 nein Ich bin auf jeden Fall down Er stirbt in drei Sekunden Okay, jetzt wird's kritisch Wir sind alle drei tot durch er Wobei, das sind Normies Das sind normale Zombies Ich kann nichts machen Ich versuch zu hauen Umschaueroption Gib mir Geschwindigkeit vier Kein Problem Probieren wir beim nächsten Mal aus, wenn wir tot sein sollten Ich hoffe natürlich nicht, dass wir nochmal sterben Aber falls Sind wir vorbereitet Oh, da kommt direkt einer Ich spring halt durch die Wand Mach ich auch immer Dann bekommt der Spruch mit dem Kopf durch die Wand nochmal eine andere Bedeutung Oh, hier sind das viele Snimes Schön in Bewegung bleiben Nein, 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 nein Hört auf mich Tschüss Tschau Bam, 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 bam Ja, nix Könnt ihr Zack, 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 zack Ja, schön aus dem Weg mit euch Okay, wir müssen überlegen, was wir uns als nächstes kaufen sollten Problem ist, wenn wir sterben, ist halt nicht gut Wobei Ein extra Leben Ich höre ihn Wir haben ein extra Leben Ein extra Leben? Das sind zwei Aber ist okay Nee, 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 nee Die heilen sich auch mit sich Gerade, das ist ganz cool Kann ich nochmal Oh, warte mal Was? Man kann sich noch mehr extra Leben kaufen Super Okay Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat Weil man stirbt relativ schnell in dem Game Und Ah, dann ist das weg Das ist einfach Riesenslime Ich kenne den zwar schon Aber ich habe den nicht so riesig in Erinnerung Down Oh, da kommen kleine raus Oh no Ja, genau mit sowas habe ich gerechnet Mit so einem Staubsauger-Effekt Die kommen dann so richtig auf einen zu Ich sag's euch Okay, aber das mit den extra Leben lohnt sich ja wirklich Weil die heilen sich auch wieder Bam Down Kein Problem Runde 6.20 Uhr Leute, das wird vielleicht heute doch ne Jo, wir haben schon die 20 Minuten Eigentlich sollten das so 10-15 Minuten Videos werden Ah, das ist dann heute halt mal ein bisschen anders Oh Oh no Ganz miese Zeitgenossen Die Fire Slimes Magma Cubes auch genannt Oh Ui Ui Nein, nein, nein Nein, nein Nein, auf keinen Fall Ich sterbe hier nicht Ich will mein extra Leben behalten Please Bitte Go away Heilung Komm, komm, komm Nein, 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 nein Komm, komm, komm Okay Heilen, heilen, heilen Los, los, los Heil dich doch schneller Komm, 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 komm Kein Problem Schön spam hier Schön spam Du bist down Komm schon Komm schon Wie viele jetzt brauchst du Okay Okay 51 Zombies Beziehungsweise Gegner übrig Steht in der Anzeige Jetzt in dieser Runde Oh, ist es größer geworden Da kommen noch andere Gegner Ich habe es genau gesehen Ja, ja Splits und so Und die unsichtbaren Oder halb Oder Köpfe Ich habe keine Ahnung Was genau das ist Und wenn ihr das wisst Schreibt es gerne in den Chat Wollte ich sagen In die Kommentare Bam Zimmermann 200 Gold zusätzlich 200 Gold zusätzlich Nein, geht weg Ich denke doch nicht im Ernst Dass dieser eine Zombie Jetzt noch was kann Okay, sind noch zwei Zombies Da, warte, ganz kurz gucken Bei 5000 Gold gibt es das nächste Oh, schnelleres Schießen Ist halt auch nicht schlecht Aber nehmen wir noch Gefrorene Kugeln Also Wir können schneller schießen Unsere Kugeln gefrieren Die Enemies Und wir haben mehr Leben Oh ja, jetzt geht's ab Jetzt geht's ab Ich sag's dir Ich sag's dir Gar nix Könnt ihr Gar nix Ui, ui, ui Das ist eine gute Runde heute, Leute Ich weiß halt nicht, wie es aussieht Wenn's jetzt so eine 30, 40 Minuten Folge wird Dann schneide ich's in der Mitte durch Und ich hab zwei Parts Mal gucken Dann sind wir vielleicht sogar schon im Zweiten Ich weiß es nicht Runde 29 Wieso lauf ich eigentlich in der Mitte? Wir sollten uns zusammen verbünden Oh, ne, 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 ne Gar keine Lust Oh ja Da hinten Da geht wieder die Party ab Ich hab keine Munition mehr Nicht dein Ernst Ich hab leider einen Tod Ne, ne, ich kann da nicht hin Ich hab keine Munition mehr Geist Nein Ich bin auch da So einer wird mich nicht kriegen Auf keinen Fall Oh Was? Aber ich hab meine Leben noch Oh Nur wenn man richtig stirbt Ist das weg Oh mein Gott Ich hatte grad Ich hatte grad so Angst Dass alles, was ich gesammelt hab Einfach weg ist Ein ganzes Mikrofonfaller Spucke Wo seid ihr? Bitte was? Okay, er ist down Ne, ich auch Oh, komm, 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 komm Wenn wir uns alle in eine Ecke stellen Dann können wir uns immer Gegenweilig heilen Falls einer stirbt Ich guck den großen Okay Okay, ich hab ihn Perfekt Hier noch so ein paar kleine Oh, hier kommen die unsichtbaren Oh, yes Oh, no Der ist down Oh, der auch Der gast Komm Yes Perfekt Nein, 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 nein Ah, nein, ihr denkt doch nicht mehr als, dass ihr mich töten könnt, oder? Ihr seid so Ich komm mir richtig schlecht vor Was? Oh Keine Ahnung, was mir das gebracht hat Ach, die gibt einfach mehr Gold Wow Hat sich überhaupt nicht gelohnt Okay Es sind jetzt 68 Zombies, die spawnen Ja Komm Direkt erstmal hier vorne schön rein da Ja, ja, ja Wir können unsere Munition aufladen, wenn ich bis davor komme Perfekt, danke Jetzt hätte ich auch einen gesammelt Okay, komm, komm, komm Einfach gedrückt halten und da drauf halten Oh mein Gott, geht hier die Party Oh Das erschreckt mich jedes Mal Warum? Ich bin ein viel zu schreckhafter Mensch Es sieht gut aus Noch vier Zombies sind übrig Unter anderem du hier Ist der gebackt? Er ist gebackt Er ist gebackt Find ich gut Bitte was? Wer kommt er denn jetzt? Ich wollte hier gucken, was ich mir noch kaufen kann 5000 für noch mehr extra leben Na schnell ich Ah, okay Ich kann mich Ich kann nicht alles Ah, ich hab hier unten nur drei solche Slots Okay Wahrscheinlich in der Zeit, wo ich hier aufnehme Geht meine gesamte Nein Geht meine gesamte Musik aus Tod Ich sag's euch Bisschen hier schon Goldfarm Es bringt überhaupt nichts Schönen ducken, ducken Damit wir, falls wir sterben Uns wieder selber beleben Komm, 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 komm Wunderschön, Leute Da sind wir in Runde 32 Ich kann mir vorstellen, dass wir es auch noch mehr schaffen als normal Wieso hast du gelieft? No Nein, er hat gelieft Er hat einfach die Runde verlassen Nein, jetzt come on Oder er wurde gekickt, so wie ich immer Oh, bitte, bitte sei noch da Bitte, bitte komm zurück Tu uns das nicht an Ey, komm, wir waren so weit Wir überleben das auch Jo Golem Doppeltes Gold Zack, 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 zack Oh, ich bin hier Ich werd hier, okay Ey, wie lange die Folge einfach schon geht Bei mir sind es jetzt so 30 Minuten Ich splitte das in zwei Videos Komm on, brechen wir unseren Rekord Oder meinen Rekord Er ist wieder gejoint Er wurde nur rausgekickt Okay, er steht tot dran Das heißt, er ist einfach nur rausgekickt worden So wie wir immer Oh mein Gott, ist das gerade episch Nee, 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 nee Geh mal weg hier Komm, komm, komm Yes Das sind die letzten zwei Down Safe Er ist wieder da Let's go Oh mein Gott Noch nie so spannend Zwei Runden Und wir haben einen Rekord Meint ihr, wir schaffen das? Ich konzentriere mich volle Kanne Ich duke mich Ich belebe ihn Ich belebe ihn Ich belebe ihn Ich habe ihn wiederbelebt Yes Okay, hier geht ganz schön die Party ab Komm, komm, komm Ich hab keine Munition mehr Der ist im Boden drin Der kann sich nicht bewegen Ja Ganz dringend Munition Wahnsinn, wie schnell das leer wird Das macht mir dann jetzt doch Sorgen Ich hoffe nicht, dass ich in drei Folgen splitten muss Ach, da hinten ist der letzte Komm zurück Oh, ist auf der anderen Seite Friends Meint ihr, wir schaffen das? Er hat einfach schon 40 Leben Ganz mieses Gefühl bei der Sache Den kenne ich aber auch schon Jaja, das ist wieder dasselbe mit dem Slime Nur mit ihm Oh mein Gott Das blitzt so komisch Ist das normal? Komm, 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 komm Hätte nicht gedacht Dass die Folge so lang wird Oder die zwei Folgen Jetzt Runde 36 Surviven Wir haben den Rekord, Leute Schaffen wir den Rekord Leute Schreibt es jetzt in die Kommentare Werden wir den Rekord brechen Immer wieder ein paar normale Gegner Sind die Guys Hier Oh, komm, komm, komm Yes, er ist down Oh, yes Oh, yes Oh, yes Komm, komm, komm Er sport einfach zwei davon Leute Das ist ein Rekord Wir sind Runde 37 Leute Ich habe es noch nie so weit geschafft Okay, voll zur Konzentration Voll zur Konzentration OMG Oh mein Gott Ich sage es euch Das ist Das ist Revolutionär Ein Guest 10.000 Mini-Zombies Ich glaube, so viel Musik Habe ich gar nicht Um euch das zu unterlegen Komm, komm, komm Ich selber höre gar keine Musik Ich mache einfach nur Irgendwelche Geräusche In der Hoffnung Ich vergesse es nicht Um euch die Musik zu unterlegen Was geht ab, Leute Wir sind kurz vor Runde 38 Ich kaufe mir nochmal ein Ding Habe ich? Habe ich Okay, Runde 38 Jetzt wird es kritisch Jetzt wird es kritisch Ihr sneakt da schön Ja, ihr haltet die da auf Okay, macht er Nee, 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 nee Komm, 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 komm Kommt down Ja, eine Schrotflitte Wäre halt bei so vielen ganz gut Aber ich bin lieber jemand Der punktuell schießt Der visiert mich an No Ich wollte die Kiste nicht öffnen Nein Wo denn? Er ist schon wiederbelebt worden Ja Zombie-Röster Keine Ahnung Ob der gut ist Oh Na, von der Stärke her schon Ja, der macht schon ordentlich Aber der hat viel zu wenig Munition Um damit irgendwas zu reißen Lass nach Bam Oh, hier sind auch welche Die habe ich nicht gesehen Ich helfe dir Yes Ja, komm Was? Einer ist schon wieder gelieft Okay Oh mein Gott Oh mein Gott Ich wollte heute noch nach Hause gehen Aber ich will auch nicht sterben Aber ich will auch nicht sterben jetzt unbedingt Bam, 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 bam Komm, komm, komm Hier Komm, komm, komm Oh mein Gott Meine Hände tun so wie meine Finger Wir sind einfach Leute Runde 40 Bitte kommt zurück Bitte habt nicht verlassen Oh, meine Hände Okay, die brauchen noch eine Weile Erstmal ein Stück Wolkwasser Jetzt von der Unicef Ich habe immer noch keine Ahnung Wie man das ausspricht Unterstützt werden Runde 40 Leute Jetzt geht's Um die Bratwurst Komm, zack, zack, zack Verbraucht Ich habe da keine Munition mehr Was? No Schlechte Idee Komm, komm, komm Ja Kein Problem Okay, komm Perfekt Ich komme durch Lauf, lauf, lauf Er hat mich gewonnen Schottet Ja, ja Das ist korrekt Dankeschön, danke Ich liebe dich Ja, er hat Herzchen Er hat mich gewonnen Schottet Was? Spark is down Spark is down Konzentriert Lass mal nach Konzentriert Konzentrieren Bitte was? Ich rette dich Ich bin No What? Okay, man Man stirbt Relativ schnell GG Bis Runde 40 Leute Was geht denn ab? Damit habe ich halt Null gerechnet Bitte was? Bitte, bitte Sagt mir Ob ihr damit Gerechnet habt Dass wir heute Bis Runde 40 durchkommen 40 Minuten Aufnahme Oh, Leute Ich hoffe, euch hat dieses Mega epische Event gefallen Wenn ja Sehen wir uns bestimmt Beim nächsten Mal wieder Bis dann, Leute Und Ciao Vielen Dank fürs Einschalten Bis dann